ja liebe youtube freunde der bauerhaus hat immer noch 1100 kilo saatgut sorte victoria zu verkaufen zwei balloxen sehr schönes saatgut zertifiziert victoria 35 50 mm hat da kein bauerinteresse daran wäre froh wenn ich die da noch verkaufen könnte also liebe schweizer bauern bauerhausen hat noch was für euch überlegt euch telefoniert mir oder schreibt mir e mail